Es ist ein Walkout, oh mein Gott, I can Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal Mein Name ist Luis, mein Kanal heißt Luis Zockt Und ich begrüße euch zu einem neuen Rewards Video Und erstmal habe ich meine Rewards Ein paar SBC Packs noch, zwei um genau zu sein Und dann habe ich hier noch ein Icon Moments Pack Und ein 25x81 Plus Pack für ein Tots am besten Aber wir fangen erstmal an mit den normalen Rewards Abonniert jetzt gerne den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen Schade Außerdem könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen, um mich zu unterstützen Wir gehen ins nächste Pack Schade Vorletztes Jumbo Premium Gold Pack Kein Walkout, geht nicht durch Perfekt, die Packs gönnen richtig So das letzte Jumbo Premium Gold Pack Ich finde langsam wird es mal Zeit für einen Torwart, der geht auch nicht durch Schade Also ich finde das kann sich langsam mal bessern Also nur meine Meinung Aber jetzt kommen die blauen Packs Die blauen Packs gönnen mehr bisher auf meinem Kanal Seltene Spieler Pack Vor allem haben die bisher auch Tots gegönnt Schade, kein Walkout Geht nicht durch Copa Libertadores Das ist nicht so schön Bergwein Und ey Ein Untrade-Inform Das wären jetzt schöne 10k Discard-Preis Nächstes seltene Spieler Pack Ich habe es im Gefühl, das wird ein Walkout Ich habe es Oh Tots Tots Bundesliga Tots Och die alle Super League Äh Mann Oh 89er Geht voll Ich habe nur gedacht Bundesliga Tots ist draußen Schade Schade, schade Hinter 85er Schon wieder dieser Exposito Was will der von mir? Schon wieder da drin Was will der von mir? Der verfolgt mich Mega Pack Rein da Schade, kein Walkout Rechtes Mittelfeld Spanier Es ist Ferran Torres Letztes Mega Pack Da drin kann auch noch ein Walkout sein Bitte EA Ich habe es im Gefühl irgendwie Okay, ich hatte eigentlich im Gefühl, dass er nicht Gut ist Vinaldo 85er Geht auf jeden Fall Klar Gut für SVCs Kann man perfekt linken Und Vidal dahinter Ist auch okay Oskar auch Geht auf jeden Fall Auch wenn ich mich mehr über Walkouts freuen würde Jetzt noch ein gemischtes Spielerset Und dahinter noch ein Prime gemischtes Spielerset Kein Walkout Perfekt Jetzt ein Prime gemischtes Spielerset Also dasselbe mit Prime vor Also muss das ja deutlich besser sein Hm Also besser schon Aber deutlich besser nicht Noch kein Nicht mal ein Walkout da draußen Es kann nicht sein In Form In Form Okay, okay Rakitic Nee Ah, nee Nee Der hat Union auseinander geschossen Den mag ich nicht Dahinter muss ein Walkout sein Bitte Wenigstens Ich glaube ich habe das schlechteste Pack Was man überhaupt haben kann 25 mal 81 plus Ich habe Leute gesehen Die hatten da 5 Walk Äh 5 Tots drin Ich will doch nur ein Bundesliga Tots Ist das zu viel verlangt Alter ist das Pack scheiße Also entweder ist meine Rewards Heute insgesamt scheiße Oder mein Packlack hat sich alles aufs Prime Moments Pack Konzentriert Und jetzt Hier Hier verkrafte ich das nicht Wenn jetzt ein schlechter rauskommt Es ist ein Walkout Oh mein Gott Icon Spanien Scheiße Die Flagge ist schlecht Nein Nein, nein, nein Das ist Raul oder so Besser als Nakata Muss man sich denken Naja So gut Waren Die Rewards Heute nicht Also auf jeden Fall Kommt er schon mal ins Team Also das Auf jeden Fall Erstmal statt Gündogan So Und hier kommt noch der Linksverteidiger da rein So Und jetzt Schau ich mal wie ich das Team umbaue Das werdet ihr dann In den nächsten Tagen mitbekommen Bis dahin Haut rein Ciao Bis zum nächsten Mal